hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge trans road usa es gibt weiter wo ist die unterwegs 23.000 machen wir da so hier geht die reparatur und wir spulen weiter ein bisserl zu münchen da ist wieder einer inaktiv scroll scroll drei trucks weiter geht's so dann fährt er habe ich die alle gleich wieder in chicago und hoffe dass ich die da gleich wieder zusammenbasteln kann ich hoffe dass ich jetzt alt hoffe dass ich jetzt hier gleich einen schikago augusta 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 Chicago 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 Da Chicago 15 könnte funktionieren Zack Go Zack Weiter So, hoffen wir mal, dass wir das jetzt positiv beenden Zack 3 Alter Watt Warum fährt der nicht? Warum fährt der nicht? Ich weiß, ich hätte ganz gerne nur eine Fracht. Immer nur eine. Zack, 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 zack. Endfahrten, fünf Fahrten, 22, 10, 5, 15, die nächste Stadt hier, Washington, Washington, Boston. Mal gespannt, ob der das schafft. Vier. Acht, und die haben erst drei Pfennig. Geht ja noch. Geht ja noch, da gibt es Schlimmeres, ganz eindeutig. So. Alles läuft. Irgendwo gibt es Probleme. Und ich glaube, dass der Patch doch ein bisschen was bewirkt hat, und zwar wird ja diese Zeit nicht mehr abgerechnet, dass ich noch 15 Tage haben will, bevor meine Firma pleite geht, so in etwa. Linz, äh, wo ist der, in Chicago, wo macht, fängt der da an. Ich glaube, es zumindest ist, will mich da halt, aber auch nicht festlegen. So. Und am besten wieder einen Auftrag für den. Das ist zu viel, das schafft der nicht. Ich denke, dass ich von denen auch einen habe. Ich habe, hierher. Äh, er ist centert. Zack. Du schaffst anscheinend. Bin dann zuversichtlich. So, weiter geht's. Ich komme mir vor, als ob mir LKWs fehlen. Liegt vielleicht daran, dass ich sonst ein paar mehr hatte. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Zuck, 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 zuck. Washington, Chicago. Wie lange fährt er denn da? Eine Tour. Das heißt, 5, der braucht zweieinhalb Tage. Ganz grob, das könnte funktionieren. Ne, das halt, das funktioniert ja nicht im Leben. 5 braucht er 10 Tage. Oh, doch, das könnte funktionieren. Ach, halt, ich will ihn nicht aufhalten, der schafft das schon. Jetzt fährt er den Scheiß aber erst noch zu Ende, bevor ich den in die Referatur schicke. Und dann schafft er das wieder nicht. Dann ist der Auftrag für den Arsch. Ich habe nämlich so ein richtig dummes Gefühl, dass das genau so passiert, wie ich das jetzt hier gerade sagen. Uh, die sind fertig, bald. Da ist ja ein richtiger Marder an Fahrzeugen unterwegs von mir. Das ist fast cool. Wie sieht's denn hier aus? Bom, Wolle, Post. Die sind auch fast fertig. Zack. Wo stehen sie? Wieviel habe ich denn auf 4 Stück, glaube ich. Ich muss doch was für Minen fahren. Da. Da. Da nicht. Ist denn die nächste Stadt? Ist hier eine Mine? Negativ. Negativ. Hier ist eine Mine. Ist hier eine Mine? Negativ. Negativ. Hier ist eine Mine. Spergerne. Vielen Dank. 3, 4, 5 habe ich von denen. Da kommen ja gleich noch ein paar, hoffe ich. Nein. Zack. Halt. Du sollst das da machen. So. Äh, was soll der denn machen? Den da soll er machen. Zack. 3 Adrocks. 1. 2. 3. 3. 4. Das ist fertig. Dann muss der da hin. Alter. Der ist fertig. Der steht in Chicago. Ich brauch was nach Lincoln. Oder wie sich das auch genau ausspricht. Wie viele krieg ich den noch? 1, 2, ich krieg 3. 2, 2. Wo entfährt er denn? Besser als nichts. Anhalten. Weiter. Daher Truck ist denn... Der ist aktuell. Wo arbeitet der denn? Der arbeitet an den Pfad nach Du Heimatland. Ich hab ein saumäßig dummes Gefühl dabei. Was ich denn da rausnehmen? 4 Tage. Das ist der Auftrag für den Arsch. Ja, das bringt nix. Hab ich hier noch ein LKW der Erwartungsintervalle hat. Wo fährt er denn gerade? Nach Lincoln. Oh, wo ist Lincoln? Der fährt nach... Wo ist denn der? Komm, da oben. Das heißt, könnte die Frau doch da zur Wartung gehen. So. Alles ist in Wartung. Alles läuft. Das ist doch schon wieder richtig gut. Oder... Wartung, Wartung, Wartung. Das braucht alles noch ein bisschen. Weiter. Oh, ich bin wieder am Plus. Da, 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 da. So. Der ist auch gleich fertig. Warte halt. Pause. Da steht wieder einer in Augusta rum. Davon 2, der ist fertig. Und der steht in Augusta. Richtig. Richtig. Ich dann auch. Oh, oh. Könnte funktionieren. Ah, da kommen dann ja gleich noch ein, zwei LKWs dabei. Wo steht er denn? Alter, das nervt mich immer auch am meisten. Aber gut. Dieses Anhalten und Warten, das ist das, was mich hier mega ankotzt. Aber gut. Warum rummeckern? Nein. Geht doch weiter. Wo steht der? Chicago. Dann kann der am besten... Halt. Wie sieht's denn hier aus? Das ist das Fracht. Das ist das Fracht. Das ist das Fracht. Dann fährt er da. Und das sind genau die Rundtouren. Gut. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch gefallen. Einen Daumen natürlich schön. Wir sehen uns zur letzten Folge. Transparen. Wo es ab wieder. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.